Moin moin meine lieben Weltraumfreunde und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Starlink auf der Switch und wir befinden uns vor dem Planeten Aschar, wo der Wolf sich niedergelassen hat und wo wir aber auch einen Starlink Turm errichten sollen. Also wieder zwei Fliegen mit einer Klappe und wir fliegen mal direkt rein. So. Dieser Planet ist komplett von der Legion übernommen worden. Das heißt, da müssen wir ordentlich was zurückerobern. Ich weiß auch nicht, wie mächtig die Gegner sind. Okay, Levelanzahl zwischen 11 und 16. Atmosphärische Verschmutzung erkannt. Die Triebwerke sind beeinträchtigt. Okay, lass uns erstmal ein bisschen was einnehmen vielleicht. Oder wir fliegen direkt zur Wolf steht, aber alles was auf dem Weg ist. Nehmen wir ein. Ach scheiße, ich bin direkt bei der Extractor geladen. Na gut. Dann müssen wir die Sonden abschießen. Harnung. Legion-Verstärkung im Anmarsch. Sonde zerstört. Anrichtung, Anrichtung. Ah, komm schon. Oh, verdammt Wax. Ich bin jetzt gleich schon tot. Fliegen mal ein bisschen rum hier, damit wir wieder ein bisschen Energie bekommen. Oh. Und schon wieder Leben verloren. Macht nichts. Rumfliegen. So, jetzt muss er erledigt sein. Haben noch einen da oben. Oh, oh. Wir müssen ein bisschen rumfliegen, sonst sind wir gleich tot. So, ein Feuerteufel war doch da noch. Wo ist er? Der Extractor ist verwundbar. Auf die Hauptstelle zu zielen. Ist noch irgendwo eine Sonde oder so. Na Mist. War das noch eine Sonde? Okay, wir müssen noch hier ein bisschen. Okay, den Prime können wir vielleicht auch noch schnappen. Mal sehen. Das ist mir so eine... Diese Kack-Sonden. Oh, schnell. Wenn wir ihn zerstört haben, dann kriegen wir immer wieder Leben. Das gibt es doch gar nicht. Oh Mann. Na, wir haben doch noch ein Schiff. Ich habe Probleme. Mach weiter. Weiß es ist das geschafft. Hol mal eine Verstärkung dazu. Das wird lustig. Soll er schon tot? Dann müssen wir ihn da drüben noch haben. Alter, ist er schnell. Extractor-Position markiert. So, geht's kaputt? Ach scheiße, wir waren zu weit weg. Das ist natürlich blöde. Nein, das hängt schon wieder fest hier. Das gibt es doch gar nicht. Oh, nee. Dein Leben hier wieder. Ich darf nicht zu weit weg kommen. Dann willst du zerstört sein? Ach, hüpfen. Du schon. Ach, Mannes. Wo ist er denn? Oh, nicht zu weit weg vom Extractor. Jawoll. Und jetzt aber. Geh mir den Rest. War auch schon eine harte Nuss. Eine harte Nuss. So zwei Prozent haben wir erobert. Immerhin zwei Prozent. Extractor zerstört. Okay. So. Wollen wir mal alle aufhören? Zur Erinnerung. Proben von korruptem Nova wie diese sind eine wertvolle Ressource. Sie wird bei Außenposten einen hohen Preis erzielen. Ja, das ist schön. Wenn ich alle auf einmal öffnen könnte, wäre viel cooler, ne? Da sind auch noch ein paar Dinger. Ah, hier sind noch. Also, weil wir so viele rausgekommen sind, ne? Würde ich dann da machen. Den nehmen wir auch noch mit. Gut. Also, ähm, vielleicht sollten wir, den haben wir jetzt verhiert. Den Prime haben die auch schon gefunden. Da Prime, wo läuft der denn rum? Da. Wie sollten wir den noch mitnehmen? Also, versuchen den zu killen. Der hat schon einige, einige aufgebaut. Ich glaube, wenn wir den erstmal killen, dann sind wir erstmal guter Dinge. Ich würde sagen, wir killen den als erstes. Falls auf engere Einheit stoßen, die ihr so was bauen könnt, bauen wir nochmal ein Observatorium. Das sieht schlecht aus. Hilfe! Die Raffinerie wird angegriffen. Ich werde von Fein überland. Den helfen wir kurz. Erinnern Sie mich daran, dass ich Ihnen nicht in die Quere komme. Danke für die Hilfe. Es war so wenig. So. Gut Sie zu sehen, Partner. Die Legion geht runter und die Profite gehen rauf. Danke für das unerwartete Geschenk, Partner. Vielen Dank auch. So bin ich immer hilfsbereit. So. Außenposten verbessern. Erstmal unser Schiff reparieren. Aber klar, wir bringen Ihre Schiffe wieder in Topform. Schaffen Sie etwas Platz. Wir schicken Ihnen jetzt die größten Elektromlieferungen in ganz Atlas. Mir egal, ob Sie gemacht haben. So. Trotzdem wollen wir zum Prime. Wir müssen als erstes Platz machen. Das baut er immer noch mehr von diesen Extratoren-Türmen auf. Das können wir uns nicht leisten. Es wird zu heiß. Ja. Legion soll ich anfangen in der Nähe entdeckt. Wo kommen wir in der Nähe von 2? Ein Vierer ist, das habe ich gesehen. Da wir jetzt ja wissen, wie wir den killen sollen, ist nicht so schlimm. Hoffe ich zumindest. Dann hört auf jeden Fall schon den Ton. Sonde der Legion entdeckt. Geiser. Sonde nicht mehr auf dem Scan. So, das Gefielde gar nicht, ich weiß, aber. Das ist ein Skorpion, das Ding, ne? Schade. Oh, hier an der Seite. Ach, das ist jetzt nicht so viel bei dem her, aber egal. Wir folgen Ihnen jetzt. Wir gehen zu den Toren. Wolle ruhig zerstören, den Extractor-Toren. Das stört uns nicht. Angehörungsalarm. Extractor entdeckt. Maximale Energiewerte. Wenn du ihn zerstörst, folgen wir der Kette zu anderen Extractoren. Extractor-Position markiert. Weitere Details auf der Sternenkarte. Dann bin ich voll raus. Das ist du. So, der hinteren Teil. Deine Unterseite ist verwundbar. Dort angreifen. Ah, wollte ich. Okay. 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 die waffe ist genau richtig weil gern mal weg haben dass uns da nicht aber leid die die Schnell, schnell, schnell! Da müssen wir schon aufpassen hier. Ja, da kommt man grad nicht hin. Ist das zu spät? Da oben. Es wird ziemlich warm. Ja, der Laser ist deaktiviert! Alain, unsere Messung will zeigen, dass ein neuer Typ Prime im Atlas eingesetzt wird. Ich bin ein neuer Typ. 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 Was ist da rein, Leute? Shit. So. So. Missed thingy. So, den haben wir. Ähm. Wirklich gut geschossen. Jetzt schnappt er den Kern des Prime und dann verschwinde von dort. Okay, ähm. Wann am besten hin? Wann wieder zurück? Machen wir. Einmal zurück. So. Wo? Legion, solche Anfauna in der Nähe entdeckt. Egal. Wollen wir die hier weiter machen? So. So. Hallöchen. Die Produktion läuft heute wirklich rund. Moment. Das ist ein Prime-Kern. Ist er für mich? Ja klar. Fantastisch. So, ähm. Die haben wir erledigt. Wann? Vielen Dank. Ja. Jawoll. Foxein. Ich muss mir mehr Dinger erobern. Ich ging das mal. Wann? 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 Lashleine ist! Oh. Gehen los. Warnung! Der Gegner ist gegen Hitzewaffen resistent. Ja, geht schon. Oh, bin ich noch kurz? So, zurück, Robert. So, ich würde sagen, wir fliegen jetzt einfach mal los und erledigen die Starfox-Kampagne. Dann sind wir schon weiter weg, aber das war eigentlich der Plan. Hier unten ist es ganz schön heiß, wie man sieht. 469 Grad. Komm mal drin baden, wenn man will. Muss man aber nicht. Das ist die richtige Waffe für den Job. Schieß weiter. So. Wer sind sie? Wie geht's denn so? Ich bin Fox und einer von den Guten. Wir holen uns Atlas von diesen Legion-Typen zurück. Lito-Goyles sind in der Welt. Machen wir kurz. Holen Sie den Analysator und machen Sie sich bereit für echte Feldforschung. Hab ich dich. Wo soll er hingebracht werden? Wie soll er scannen? Lito-Goyle von drei von den... Wo sind die hin? Non. Wenn debrief. Ich bin ja. Ich bin ja. Vielen jaunta aus. En Flo wein która aus. Ich bin ja, weil ich weiter aus. Ich bin jaっと. Was ist er denn da? Warnung, Lidl-Verstärkung ist eingetroffen. Oh! Wir können ein bisschen rausweichen hier. Können wir warten? Das Peppi machen wir auch nicht was machen da oben. Oh, ist das nicht dein Ernst? Ich muss los! So. Die Energie jetzt kann ich auch wieder erschießen. So. 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 Oover. außenposten sehr wichtig stehen an der spitze der nahrungskette von der schau ich studiere gerade die strategie und es gehen sie noch ein paar exemplare für meine forschung machen wir machen wir noch ein höher dass ich das brandwein haben doch schon etwas geschafft blutfarben observatorium betrug ist perfekt das haben auf jeden fall mehr sicht so wird immer noch mit dann geht es zu hier scheint es zu sein ich gehe rein das war jetzt nicht so clever worüber der jetzt gerade redet kann ich auch nicht nachvollziehen ich versuche nur herauszufinden was diese schwachköpfe vorhaben immerhin haben sie die anderen beiden kammern geöffnet warum funktioniert er nicht die maschine scannen kann ich bestimmt herausfinden woran das liegt wir brauchen schnell aus also müssen wir gucken wir müssen ja in der nähe von der mission sein das ist so aufregend die haben wir keine chance so gerade rundherum ob ich irgendwo sehe warum die mission angefangen hat von wolf aber ich sehe nicht was die hier gebaut haben also liegt hier wahrscheinlich irgendwas rum gleich mal gucken endlich ein intelligentes wesen ich habe schon gedacht es gibt auf dieser welt das ist keine bestätigt schiff separatoren im gange so kurz mal gucken was das ist mit das haben wir wahrscheinlich gesehen dass wir in nähe davon ein schiff reagiert nicht so bei der mädel ist auch gerade nicht und dieses akku nehmen kritischen schaden ja mal kann ich mal so klein hier da ist das ding okay der will rein wenn wir mal eine ordentliche ladung elektrom ist gerade eingetroffen gut dass wir so viele prospektor freunde haben gerne nochmal scan abgeschlossen den werten zufolge ist die energie der maschine fast komplett aufgebraucht großartig wie sollen wir das dann aufkriegen wir müssen einen anderen weg hinein finden okay dann suchen wir einen anderen weg da geht es doch auch irgendwie rein da kommen wir nicht einfach rein das wäre aber zu einfach gewesen aus da vielleicht rein in die öffnung nein hier ist auch zu doch mal rundherum gucken okay wie wir das geheimnis lüften um hier reinzukommen das werden wir beim nächsten mal machen muss ja spannend bleiben vielen dank fürs zuschauen bis dahin tschüss Musik